Das ist... Das haben sie verkackt. Wenn ich... Ich will jetzt ein bisschen was zurückschlagen ist, das ist das. Aber was für eine Taste muss ich drücken? Oh, wenigstens gab es hier ein bisschen Kohle. Ja, habt ihr euch wohl so gedacht, ne? Ihr Lümmel. So, suche in der Nähe das Steuerungsgerät für die Schleuse. Jetzt ist mir schon klar, dass ich das... Wird wahrscheinlich hier irgendwo sein, da. Ey, da ist sogar ein Roboter. Da gehen wir doch mal hin. An die kleine Drohne. Alle warten auf die Erlösung Motherspare. Ich hab keine Ahnung. Cernes Nano-Element, okay. Wie viele haben wir es denn eigentlich? Ah ja, halb eins geht auch noch. Ah. 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 Oh, okay. Zum Glück müssen wir nicht atmen. Hörst du das? Klingt wie Wasser. Ach, echt Wasser. Das ist der Weg. Gehen wir zurück. Ja, ich will aber erst nochmal hier hoch, um zu gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Nö. Sieht alles gut aus. Überfluten. Ach, roll doch nicht rum. Guck mal, wir müssen sogar tauchen. Weil ich dieses Ding haben wollte. Ach, komm schon. Naja. Beta-Kern. Ja, nehme ich mit. Obwohl ich immer noch der Meinung bin, dass meine Beta-Energie sich wahrscheinlich niemals voll macht, weil ich einfach viel zu schnell im Spam bin. Jawohl. Jawohl. Money. Money. Obwohl es meistens nie ein gutes Zeichen ist. Fühlt sich an, als würden wir uns im Kreis bewegen. Keine Sorge. Ich präge mir den Weg ein. So, ich gucke gleich nochmal nach meinen Items. So. 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 Von denen habe ich ja mehr als genug. Ich habe noch. So. 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 von meinen genommen naja dann machen wir es nochmal aber richtig aufgeladen einfach weil es lustig fand die kontamination schreitet auch hier voran wovor zur hölle ernähren sich die dinger ist das ein moos nein schau mal genau hin bestimmt hast du diese harte dunkle rötliche haut schon einmal gesehen stimmt da hast du recht das ist dein nativer die übereinstimmung ist perfekt hier geht definitiv etwas ungewöhnliches vor sich ich sollte schnell zu unserer zur undercrew zurückkehren bonnie was hast du auch Wow! Wir müssen wohl aufgeben. Oh, ja, okay. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, da unten geht's noch weiter. Vielleicht laufe ich ja gerade aus Versehen den richtigen Weg. Oh, ja. Oh wei. Oh, fuck. Ah, das ging. Ja. Ach. Ach, Mann. In so einem scheiß engen Dingsbums, ey. Das wird langsam echt teuer. Ich hatte einfach keine Lust den Scheiß nochmal zu machen. Werde ich nie gebrauchen. Man sieht's ja jetzt schon, dass ich die Dinger, dass ich den Skill spame. Also von daher halte ich das für maximale Verschwendung. Oben ist ein Roboter. Ah, da kann ich mich langhangeln. Okay. Oh, komm schon, wirklich. Wie hoch ist die Chance, dass ich genau das Ding treffe? Wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich. Heute ist der 14. Februar. Ich vermisse dich, Sophia. Doch. Au. Ich wusste es, dass man Damage bekommt, wenn man bei den Dingern stehen bleibt. Ich hab's noch nicht prediktet. So, warte mal. Das Zelt. Buckel S oder Beta. Ich hab keine Ahnung, was K ist. Das könnte ein Gamma sein. Ich weiß es nicht. Wenn ihr das Alphabet kennt, haut's raus. Es gibt ja keine Beschreibung mehr bei diesen Games. Matrix Elbs verlorenes Labyrinth. Die Frage ist, wie komm ich jetzt hier weiter? Ach so, ja. Da geht jetzt kommt die Tür auf. Ich kann die Wärme dieses Ortes spüren. Hier gab es anscheinend mal Überleben. Wie sieht es draußen aus? Es ist dunkel. Alles ist tot. Außer diesen Monstern. Die geheime Stadt der Überlebenden existiert nicht. Das ist alles nur ein Märchen, das sich Erwachsene ausgedacht haben, um Kindern wie dir Hoffnung zu machen. Ich frage mich, warum ist man an so einem Ort geblieben? Keine Ahnung, aber jetzt sind wir hier die einzigen. Ich würde sagen, die hatten wahrscheinlich keine Wahl. Ich nehme stark an, dass sie keine Wahl hatten. Die schmalne Linie unter meinen Füßen öffnet sich und wurde zu einem breiten Riss, der mich gänzlich verschluckte. Es war der Verlust. Motherfee war verschwunden und ich wusste, dass ich sie nie wieder sehen würde. Eine Puppe, eine Gitarre, ein Kind, eine kleine Dinnerparty. Selbst die Luft, das Wasser oder das Rauschen des Netzwerks. Ich begehre nichts mehr davon. Mir wurde alles von der Dunkelheit genommen. Was hat mein Leben noch für einen Zweck? Woran soll ich noch glauben? Oh nein. War das so traurig? Genau wie ich dachte. Hier wurden Überlebende untergebracht. So wie es aussieht, ist dieser Ort schon seit langem verlassen. Und woher kommt denn diese Wärme? Ach, sehen wir uns doch mal um. Hat er aber schön eingerichtet. So ein bisschen. Es ist bereits sieben Jahre her, dass ich mich hier vor dem Monster versteckt habe. Dieser Ort ist nicht mehr sicher, aber wir können nirgendwo anders hin. Wir werden hier sterben. Ich habe ein Gerücht über eine Stadt gehört, in der sich Überlebende verstecken. Wenn ich doch nur dorthin könnte. Was ist das? Das nennt sich Gitarre. Ein Instrument, mit dem die Menschen früher Partner anlockten. Okay, das ist lustig. Ich habe da jetzt keinen Bock. Ich meine, so können wir es machen. Für Leute, die echt Probleme im Gedächtnis haben. Gerne. Wir müssen hier zum Unterhaltungswert. Wir müssen hier. Ist das eine Wasserflasche? Nein, nein. Es ist das letzte, was uns je von einem Gott geschenkt wurde. Oh, Bacchus. Wein. Oder Sekt. Oder Schnaps. Jetzt hinterfragen wir hier, warum er das sein Gott nennt. Das hier ist ein Klavier, oder? Ja. Musik hat den Menschen hier wertvollen Trost gespendet. Man muss den Tod nicht fürchten. Der Tod ist nur der Anfang der Reise. Um eins mit Mother Spare zu werden? Unsinn, das ist doch Quatsch. Man ließ uns zum Sterben auf der Erde zurück. Es gibt keine Reise danach. Wenn wir sterben, ist alles vorbei. Dann war's das. Oh nein. Sehr trusslos alles hier. Hier hat jemand drin gelegen. Kein schöner Ort zum Träumen. Na ja, schlafen muss man irgendwann, ne? Ist hier noch irgendwas? Ne, ne, sieht alles. Ah, hier ist noch was. Ah, die sind noch alt. Was ist mit der Gnade der Mother of Bear geschehen? Es sind alles Lügen. Lügen, Lügen, Lügen. Okay. Hier hoch will ich nochmal. Kann man ja schon fast Mitleid mit den kriegen. Eine einsame Puppe. Sie ist alt. Aber riecht gut. Interessante Aussage. Das ist zum Geier. Verstehe ich zwar nicht, warum das interessant sein soll. Aber okay. Oh nein. Das wird ja immer teurer, oder? Ja. Ne, die hat immer 1.500 gekostet. Na gut, da muss ich jetzt halt mal ein bisschen auf mich aufpassen. Schubenergieaufladung. Okay. Wiederbelebungspumpe. Ah, das ist cool. Das ist... ...ein Ort zu Ehren der Toten? Sie warten auf die Erlösung, die ihm Mother Sphere einst versprach. Mist. Mist. Ich möchte die verbliebenen Erinnerungen an Mother Sphere schicken. Dort gehören sie hin. Ich helfe dir. Ich auch, ich auch. Oh mein. Euch beiden. Na dann. Fusionszelle. Das bedeutet, hier musste ich hin. Na gut, das ist eine EP. Oh, eine Dose. Interessant. Wir haben so hart um unser Überleben gekämpft, selbst als unsere Familie oder Freunde starben. Wir haben gekämpft, ohne nachzugeben. Nun ist das Ende in Sicht. Wir sind müde. Wir haben unseren Willen zum Kämpfen verloren. Nun ist es an der Zeit, den Schmerz der Trauer, der Verzweiflung ein Ende zu setzen. Armer Kerl. Design Muster Alltags Outfit. Aber das Alltags Outfit habe ich doch schon. Hm. Die Drohnen-Upgrade-Modul. Super. Das läuft doch alles sehr gut hier. Dann würde ich sagen, geht es hier weiter. Ja, ja. So, Yuna ist still. Was ist überhaupt noch da? Von einer Kanalisation. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Eine Masch. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Oh, komm schon. Von. Ne, den nehme ich jetzt nicht. Also, wenn das jetzt wieder so assi wird, dann kannst du es aber vergessen. Dann werde ich wieder rumstellen. Ich dachte, ich hätte jetzt mal ein bisschen was erreicht. Aber wenn die Viecher jetzt auf einmal wieder so ein Damage rausposaunen. Na ja, kein Bock mehr hier. No. Ja, egal. Fuck. Darauf habe ich jetzt keine Wissen mehr. Darauf hatte ich jetzt absolut keinen Bock. Bei aller Liebe. Das ist doch okay. Die Drohne braucht ein Upgrade, um die Tür zu öffnen. Ja, das ist natürlich schade. Ich kann hier rein. Die Frage ist nur, will ich das? Und was ist hier drin? Vielleicht habe ich das auch gerade schon herausgefunden. Hat sich wohl erledigt. Das wird jetzt immer schlimmer. Ich kriege aber kein großes Lager, wo ich meine Drohne upgraden kann. Weil ich finde es jetzt scheiße, dass da die Tür offen bleibt und ich höchstwahrscheinlich nicht wieder zurückkomme. Ich habe das Gefühl, dass ich da weiter muss und dass ich hier irgendwas Besonderes finde. Die Schreie sind verstummt. Alles in Tod. Die Undercruise-Geschichte. Oh nein. Ich bin die ganze Zeit so semi-Afka am Schauen. Okay. Oh, Beta-Kern brauche ich eigentlich nicht. Körperkerne wären ganz cool. Das ist aktuell das Einzige, was mich wirklich interessiert. Ich habe keine Munition, nichts. Das ist aktuell das Einzige, was mich wirklich interessiert. Alter, du Rappelvieh. Aber es lief ganz gut. Aber dass er den nochmal ausspuckt, hätte ich nicht gedacht. Ich finde es ganz cool, dass wir nicht im Ödland und in der Stadt geblieben sind. Weil so, und hier hast du die Hauptstadt, mach das, mach das, mach das und arbeite ein bisschen an der Mainquest weiter. Na, ich weiß nicht. Das muss nicht immer sein. Ich, da drüben. Der alte Generator funktioniert wohl noch. Das ist doch schön. Und ich habe das Gefühl, dass die wieder wach werden. Fuck. Das gefällt mir nicht. Einer von denen wach doch bestimmt wieder auf. Und ich habe das. Das war's für heute. 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 Aber Heckgerät hab' ich doch. Magazinerweiterung. Das war's für heute. Das ist nicht schlecht. Das war's für heute. 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 Warum kann ich denn nicht blocken? Warum kann ich denn nicht blocken? Ist doch dumm. Vielen Dank.